Wo du einfach keinen Bock hast und einfach down bist und du denkst, dass irgendwelche Übungen... Kennst du diese Übung, wo man sagt, nimm einfach einen Stift und halte ihn so in deinen Zähnen, weil dann trainiert das deine Muskulatur, weil wenn du lächelst, einfach nur so bist, dann kreiert dein Körper Hormone und dann fühlst du dich automatisch besser. Weißt du was? Ich habe dieses große Ziel und diesen Traum, den ich in meinem Leben umsetzen möchte. Ich habe so viel Potenzial in mir, was ich nach draußen tragen kann. Aber ich unterdrücke es wegen Angst. Aber weißt du, was die Lösung ist? Sehr überspitzt jetzt. Ich mache natürlich eine Karikatur aus diesem Ganzen, damit es auch hängen bleibt. Aber das ist sehr wichtig, dass du da reingehst. Geh doch mal ein Level drunter. Aber jetzt kommt das Ding. Dafür brauchen wir ein bisschen mehr Zeit. Das ist nicht ein 30 Sekunden Instagram Video oder ein Post mit einem coolen Zitat von Gandhi, sondern das ist eine Arbeit. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Episode von Sei es einfach. Mein Name ist Ben Watara. Ich bin Identitätskreationscoach und ich helfe Menschen dabei, in die Umsetzung zu kommen. Ihre Ziele zu erreichen, indem ich ihnen helfe, die Blockaden und Limitierungen in ihren Gedanken, Emotionen, Glaubenssätzen und ultimativ in ihrer Identität erstens zu erkennen und Nummer zwei aufzulösen, damit sie nach vorne schreiten können. Und in der heutigen Episode möchte ich auf das Thema Positivdenken eingehen. Pessimismus, Optimismus, was es wirklich bedeutet, warum ich glaube, dass viele Menschen das Thema falsch verstehen und falsch anwenden und was die Gefahren dahinter sind, warum es viele Leute schadet, dieses einfach positiv Denken und inwiefern es dir helfen kann, noch schneller und effektiver nach vorne zu kommen, wenn du dieses Thema richtig anwendest. Und bevor ich auf das Thema eingehe, möchte ich dich daran erinnern, dass wir am 29. Februar unser kostenloses Live-Event haben von To Do zu To Be, Dein Schlüssel zum Erfolg. Und da wirst du wirklich verstehen, inwiefern du dein größtes Problem bist, aber auch deine größte Lösung. Wir werden wirklich verstehen, warum Identitätskreation oder deine Identität das Fundament ist für deinen externen Erfolg und auch der Grund ist für viele Limitierungen und Herausforderungen, die du hast, warum du dir selber im Weg stehst. Eine Stunde werde ich auf das Thema eingehen, eine halbe Stunde werden wir Zeit haben, in die Interaktion zu gehen. Du wirst mir Fragen stellen können in der Q&A-Session. Also, ich freue mich sehr darauf, dich an diesem Tag zu sehen. Alle Informationen findest du, wenn du auf den Link klickst, hier in der Beschreibung unter dem Video. Und wir sehen uns am 29. um 19 Uhr. Alright, das Thema Positivdenken. Das ist etwas, was heutzutage viel normaler ist und darüber wird viel mehr gesprochen, als zu der Zeit, wo ich angefangen habe, mich mit der Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen. Ich habe im Jahr 2005, glaube ich, 2005, 2006, das war die Zeit, wo ich angefangen habe, mich mit der Thematik der Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen. Tony Robbins, Brian Tracy, Zig Ziglar, Bob Proctor, ja, dieses The Secret, das kam, glaube ich, ein bisschen später. Ein paar Jahre später habe ich mich mit dem Secret beschäftigt. Aber diese ganzen Prinzipien von Manifestationen, von diesen internen Gedanken, die du kreierst, manifestieren deine externe Realität, du kreierst deine eigenen Emotionen, du siehst die Welt nicht, wie sie ist, du siehst die Welt, wie du bist und so weiter und so fort. Das waren alles Themen, die extrem neu waren für mich. Und es war nicht leicht, an diese Informationen ranzukommen. Ich habe durch bestimmte Quellen Menschen, die ich kannte, die mir diese Audiobücher besorgt haben, weil es gab kein Social Media, es gab kein YouTube, es gab diese ganzen Plattformen gar nicht. Das kann man sich heutzutage gar nicht wirklich vorstellen. Und wenn du nicht weißt, dass es etwas gibt, dann suchst du auch nicht danach. Und du kannst vielleicht in eine Buchhandlung gehen und so, aber wenn du diese Bücher nicht offensichtlich siehst, ja, dann suchst du dir das ja nicht aus. Und das war auch wirklich ein Ding, dass, als ich am Anfang, und das ist oft so, wenn du dich mit etwas Neuem beschäftigst, wenn du etwas Neues entdeckst, dann ist es erstmal aufregend und super interessant und du möchtest das auch mit anderen teilen. Und ich habe versucht, mit anderen Menschen darüber zu sprechen oder gesagt, boah, ich habe das und das gerade in einem Audiobuch gehört und ich denke so und so. Und viele Leute haben da gesagt, ach, das ist doch Schwachsinn oder hä, haben es überhaupt nicht verstanden und das war viel zu weit weg für viele Leute. Manche haben mich sogar teilweise ausgelacht dafür. Ich weiß noch ganz genau, dass ich mit einem sehr guten Freund, das war das Gute, es waren nicht alle, du trippst immer wieder ein, zwei, drei Leute, die auch offen sind für so etwas. Aber ich weiß noch genau, dass ich mit ihm so Audiotapes durchgehört habe und dann waren Übungen drin, ja, wie man seinen internen Zustand beeinflusst, bevor man in ein Gespräch reingeht, wie man sich kalibriert, wie man seine eigene Energie managt, wie man im Voraus etwas visualisiert, bevor du in ein Meeting reingehst, bevor du in ein Verkaufsgespräch reingehst, schon siehst, was das Ergebnis sein wird und du dich schon damit reinprojizierst. Und wir haben diese Übungen gemacht, das sind so Rollenspiele, die man machen kann. Und so ein Freund von uns, der das mitgekriegt hat, weil er im selben Gebäude war, kam vorbei, hat so durch die Tür geguckt und einfach gelacht und gesagt, glaubt ihr, ihr könntet jetzt erfolgreich werden, weil ihr solche Quatschübungen macht. Und wir haben das einfach ignoriert und einfach weitergemacht. Und heutzutage ist es fast schon so, dass ich das Gefühl habe, jeder hat von diesen Themen gehört. Und jeder hat mit diesen Gedanken, mit diesen Ideen Kontakt gehabt, was schon mal ein sehr großer Fortschritt ist. Aber, und das ist etwas, was ich wirklich beobachtet habe, durch dieses Format von Social Media verbreiteten sich Ideen sehr schnell, aber leider sehr oberflächlich. Und ich merke das sehr oft. Leute haben hier und da ein Zitat gehört, ein Videoauszug von 30 Sekunden, eine Minute hier, eine Minute da und sehr viel, ich nenne es Fast Food Persönlichkeitsentwicklung. Schnell, zack, du hast das Gefühl, du kennst etwas, aber du hast die Prinzipien nicht wirklich verinnerlicht und du kannst nicht wirklich die Ergebnisse in deinem Leben bekommen, die diese Übungen versprechen oder diese Konzepte versprechen. Und viele Leute gehen da nicht in die Tiefe, sondern konsumieren einfach mehr und die Idee, hast du davon schon gehört? Und hier dieses Prinzip, oh, das gibt es auch und so weiter und so fort. Das ist das Gleiche auch im Fitness. Dann kommt diese Diät raus, dieses neue Trainingsprogramm, oh, das ist super aufregend, hast du davon schon gehört? Oh ja, Intermittent Fasting, super, ketogene Diät, oh, hier, oh, da. Weißt du, und das ist genau das Gleiche. Oh, das innere Kind, ja, Schattenarbeit, oh ja, Glaubenssätze auflösen, oh ja, dies, oh ja, das, unter anderem positiv denken. Und ich werde jetzt nicht einen Riesenfass aufmachen, weil ich möchte, dass wir praktisch damit arbeiten können, dass du jetzt sagst, okay, weißt du was, wie kann ich das auf eine bestimmte Situation anwenden? Ich habe schon oft darüber gesprochen, dass unsere Identität am Kern ist und die Basis ist für unsere komplette externe Realität. Und unsere Identität ist unsere Vergangenheit in Form von Gedanken, unsere Glaubenssätze über uns selbst, über die Welt, die gespeichert sind. Das ist das Fundament. Aus diesem Fundament heraus betrachtest du die Welt, bewertest du das, was von außen kommt. Und dann gibt es bestimmte Situationen, wo du durch deine Glaubenssätze bewertest, also Gedanken generierst, die dann Emotionen generieren, die dann dafür sorgen, dass du entweder limitiert bist oder nach vorne schreitest. Und ja, es ist natürlich so, dass wenn du eine Situation hast in deinem Leben, die in dir eine Emotion auslöst, die negativ ist, weil man muss vorsichtig sein mit diesem negativ-positiv, es ist am Ende des Tages auch nur eine Bewertung, aber du sagst, okay, das und das und das, ich fühle mich nicht gut. Die Person hat das gesagt, ich bin gerade in dieser Beziehung, ich bin gerade in diesem Job und der gefällt mir nicht, ich bin gerade in dieser Lebenssituation, ich bin gerade in diesem Körper, ich habe gerade dieses Problem, ich habe diese Herausforderung in meinem Business, ich habe gerade diesen Konflikt, was auch immer. Es gibt irgendetwas, was in mir etwas auslöst, was sich nicht gut anfühlt. Und ich werde es erstmal ganz allgemein halten, du kannst da deine eigene Situation reinbringen, weil es ist völlig egal, was es ist. Natürlich gibt es den Ansatz zu sagen, die Situation ist eigentlich neutral. Du interpretierst sie als negativ. Das heißt, du bewertest es als negativ. Das heißt, deine Gedanken, deine Glaubenssätze, deine Betrachtungsweise ist die Ursache für die Emotion. Du kreierst die negative Emotion. Und deswegen kannst du auch reingehen und sagen, ich verändere einfach mein Gefühl, indem ich meine Betrachtungsweise ändere. Wenn ich diese Sache anders sehe, dann fühle ich mich anders und jetzt ist die negative Emotion weg. Das ist sehr simpel gesagt. Denk einfach positiv und die Welt ist positiv. Und du musst nichts ändern im Außen. Du musst nur in dir Prozesse ändern, wie du das betrachtest. Und jetzt ist alles wieder wunderbar. Und wenn du etwas Negatives spürst, bist du immer schuld. Du musst einfach nur lernen, anders zu denken und schon fühlst du dich besser. Und da in diesem Ansatz, und ich sage auch nicht, dass es nicht in vielen Fällen Sinn macht, weil in vielen Fällen kannst du tatsächlich eine Situation haben, die nur im Kopf als negativ kreiert wurde und deswegen fühlst du das. Und das ist natürlich der Fall bei manchen Menschen, die schon so viel erreicht haben in ihrem Leben und so viel haben, wofür sie dankbar sein können, aber es nicht sehen können, weil sie die eigene Quelle ihrer eigenen Misere sind. Und deswegen macht es natürlich Sinn, da reinzugehen, sich zu gucken, okay, welche interne Prozesse sorgen für diese Emotionen, um es zu verändern. Das heißt, es ist sehr wichtig und es ist sehr richtig, das so anzugehen. Aber es ist nur ein Teil des Prozesses. Es ist nicht die komplette Geschichte. Und das ist das, was ich sehr oft sehe, dass nur dieser eine Teil hängen bleibt bei vielen Leuten. Es ist gar nicht, dass es gar nicht so erklärt wird, aber es ist das, was hängen bleibt in diesen kurzen Auszügen, in diesen Fast-Food-Persönlichkeitsentwicklungen, die sich sehr stark verbreitet. Weil das Thema Dualität ist immer mit im Spiel. Okay? Nicht alles, was sich schlecht anfühlt, ist schlecht. Und nicht alles, was sich gut anfühlt, ist gut. Es gibt Negatives im Positiven und Positiven im Negativen. Und das ist das Thema Dualität, was so wichtig ist. Und wenn du nicht weißt, was das Thema Dualität ist, da habe ich ein Video hier auf diesem Kanal. Da kannst du dir das angucken. Ich habe noch eine Übung, die du machen kannst, damit du ein besseres Gefühl dafür kriegst. Aber es ist ein fundamentales Prinzip, was du immer wieder anwenden kannst, um deine eigene Realität zu überprüfen. Es gibt so viele Aspekte, die verdeckt sind, die du nicht siehst und du nimmst an, dass du alle Informationen hast. Und wenn wir da reingehen, können wir sagen, okay, Moment mal ganz kurz. Es ist vielleicht ein Symptom von meinem Körper, von meinem Unterbewusstsein, diese negative Emotion, dass irgendetwas nicht stimmt und ich sollte da mal reingucken. Das ist wie wenn du ein physisches Symptom hast. Ja, wenn du krank bist und du hast Schmerzen irgendwo. Du sagst, boah, ich habe Rückenschmerzen, ich habe Kopfschmerzen, ich habe irgendwo einen Schmerz. Es ist ein Signal von deinem Körper, was dir sagt, was ist die Ursache für dieses Symptom. Das Symptom ist doch nicht das Problem. Das Symptom ist ein Wegweiser. Aber wenn du sagst, weißt du was, ich nehme einfach Schmerzmittel oder ich nehme am besten noch irgendeine Tablette, wo der Schmerz weggeht und ich mich dann auch super fühle und dann so, da sieht die Welt ganz anders aus und ich muss nichts ändern, dann kann die Quelle, die Ursache des Problems größer und größer und größer werden und ich habe nicht die Möglichkeit, irgendetwas zu ändern, weil ich ja abgekattet bin davon und nicht mehr spüre, weil ich ja hier in Lala-Land bin. Und das ist oft das Problem mit diesem, ach, weißt du was, egal was, ändere einfach deine Emotionen, es geht einfach nur um positiv denken, positiv denken, positiv denken, aber du hast gerade Konflikte in deiner Beziehung, du hast gerade ein Unzufriedenheitsgefühl in deinem Leben, in deinem Business, in deiner Arbeit, in deinem Leben allgemein, aber weißt du was, das ist alles deine Schuld, die Art, wie du denkst, das ist alles, was du ändern musst. Und wenn wir da jetzt reingehen und sagen, Moment mal ganz kurz, was ist denn der Grund für dieses Gefühl? Ich bin gerade in einer Beziehung, die mich unglücklich macht und eigentlich weiß ich, dass ich da raus will oder in einem Job und ich weiß, ich will mich selbstständig machen oder ich habe etwas, was mir Sicherheit gibt und ich habe Angst, das loszulassen, aber eigentlich weiß ich tief in mir drin, dass ich einen Drang habe für Veränderung. Ich weiß, dass ich viel mehr in mir habe. Ich möchte meine Kreativität freien Lauf lassen. Ich möchte vielleicht auswandern. Ich möchte vielleicht das, was ich jetzt aufgebaut habe, verändern in eine andere Richtung. Aber ich habe Angst, weil ich weiß, dass es mit einem Risiko verbunden ist. Was ist, wenn ich falsch liege? Was ist, wenn es nicht so klappt, wie ich mir gedacht habe? Was ist, wenn ich wieder am Anfang lande und wieder neu starten muss? Was ist, wenn ich niemanden finde, den ich mir vorstelle, der zu mir passt und ich lasse das los, was ich gerade habe? Das kann man in so viele Richtungen ausbreiten. Es gibt eine bestimmte Angst, die da ist. Deswegen gehe ich nicht in die Veränderung. Das heißt, ich habe eine Limitierung. Und dadurch, dass ich diesen Teil von mir unterdrücke, meine Authentizität, meine innere Stimme unterdrücke, weil ich Angst habe, baut sich in mir eine Emotion auf. Unzufriedenheit. Frustration. Depression. Wut. Teilweise, es gibt viele Menschen, wo es bewiesen wurde, dass die Krankheit, die körperliche Krankheit, ausgelöst wurde durch eine emotionale Unzufriedenheit. Alle Menschen sterben, aber nicht jeder Mensch hat gelebt. Und dieses Bereuen, bestimmte Sachen nicht zu tun oder getan zu haben, es ist ein großes Problem bei vielen Menschen, die alt sind und auf ihr Leben zurückblicken. Dass sie in dieser vermeintlichen Sicherheit geblieben sind. Und so weiter. Wie gesagt, ich habe jetzt kein spezifisches Beispiel, weil ich möchte das einfach nur das Thema an sich ansprechen. Du kannst jede Situation hier reinbringen. Und jetzt, denk mal darüber nach, du hast eine Situation, wo du dich selber unterdrückst, weil du Angst hast. Und anstatt dir das anzugucken, beschäftigst du dich nur oberflächlich mit der Emotion, aber die Emotion ist doch nicht das Problem. Genau wie das Symptom. Das Symptom ist nicht das Problem. Es ist nur die Manifestation von dem Problem. Also muss ich doch eine Ebene drunter gucken. Weil wenn ich sage, diese Emotion ist negativ, also muss ich die Emotion verändern. Moment mal ganz kurz. Lass mal das flippen. Dualität. Die Emotion ist was Positives. Oh, warum? Weil die Emotion jetzt mir den Weg zeigt zu einem Teil von mir, den ich vielleicht gar nicht so betrachte. Warum fühle ich mich eigentlich so? Weiß ich das? Ah, nein. Ich weiß auch nicht, warum ich mich so fühle. Und da kommen wir wieder zu Sein. Der erste Step in Sein ist das S, Selbstbewusstsein. Bist du dir deiner selbst bewusst? Warum denkst du, was du denkst? Warum fühlst du, was du fühlst? Warum glaubst du, was du glaubst? Warum bist du, wie du bist? Warum tust du, was du tust? Und warum tust du nicht, was du nicht tust? Weißt du das? Und wenn nicht, ist doch wichtig, das zu betrachten, anstatt blind weiterzumachen. Was ist die Ursache? Und wenn du dann ein Level drunter guckst, und es kann sein, dass es mehrere Ebenen gibt, aber das ist okay, wir gehen erst mal in die erste Ebene. Ja, natürlich, da gibt es etwas und eigentlich trage ich das schon lange mit mir mit und ich will das schon seit langem machen, aber ich schiebe das immer wieder auf. Ich prokrastiniere. Ich bin perfektionistisch daran. Ich arbeite schon an diesem Projekt. Ich sehe schon Leute, die mir von Ideen erzählen, die sie ins Leben bringen wollen, seit fünf Jahren und sie haben nicht einen Schritt gemacht. Und sie tragen es mit sich mit. Und dann hast du Tage, wo du einfach keinen Bock hast und einfach down bist und du denkst, da ist irgendwelche Übungen. Ihr kennt diese Übungen, wo man sagt, ja, nimm einfach einen Stift und halt den so in deinen Zähnen, weil dann trainiert das deine Muskulatur, weil wenn du lächelst, einfach nur so bist, dann kreiert dein Körper Hormone und dann fühlst du dich automatisch besser. Weißt du was? Ich habe dieses große Ziel und diesen Traum, den ich in meinem Leben umsetzen möchte. Ich habe so viel Potenzial in mir, was ich nach draußen tragen kann, aber ich unterdrücke es wegen Angst. Aber weißt du, was die Lösung ist? Sehr überspitzt jetzt. Ich mache natürlich eine Karikatur aus diesem Ganzen, damit es auch hängen bleibt. Aber das ist sehr wichtig, dass du da reingehst. Geh doch mal ein Level drunter. Aber jetzt kommt das Ding. Dafür brauchen wir ein bisschen mehr Zeit. Das ist nicht ein 30 Sekunden Instagram Video oder ein Post mit einem coolen Zitat von Gandhi, sondern das ist eine Arbeit. Du gehst da jetzt rein, du nimmst dir die Zeit und das ist das Ding. Nur du kannst diese Antworten finden, denn nur du weißt, was in deinem Unterbewusstsein passiert. Ich sage das immer bei den Leuten im Coaching. Manche Leute sagen zu mir, Ben, du kennst so viele Tools und so viele Tipps, du kannst mir helfen und ich sage immer, ich kann dich nur unterstützen. Ich habe nicht das Geheimnis für deinen Erfolg oder für dein Wachstum. Ich habe ein Geheimnis, aber es gibt zwei Geheimnisse und das zweite Geheimnis hast du. Denn nur du weißt, was in dir passiert und wie du diese interne Welt kreiert hast. Du hast sie kreiert. Vielleicht weißt du nicht weh und du kannst dich nicht erinnern, weil vieles unbewusst passiert ist und deswegen selbstbewusst sein. Und dann kannst du hier reingehen und sagen, okay, dasselbe, was wir eben anwenden wollten auf diese Emotionen, zu sagen, ja, du hast mit Gedanken und Emotionen und Bewertungen einfach nur diese negative Emotionen kreiert. Okay, lass mal runtergehen. Jetzt ist hier die Situation, die wir identifiziert haben. Ich will mich eigentlich selbstständig machen, aber ich bin noch in meinem Job. Aber ich merke, wie es mich von innen auffrisst, weil ich genau weiß, ich sehe doch dieses Potenzial, aber ich traue mich nicht. Warum traue ich mich nicht? Wovor habe ich Angst? Und hier können wir wieder eine Ebene drunter gehen. Diese Angst ist eine Emotion. Diese Emotion ist kreiert von Gedanken, von Bewertungen. Ich visualisiere die Zukunft und stelle mir vor, was alles schief gehen könnte. Ich habe bestimmte Ängste, die kommen von dieser Bewertung. Warum bewerte ich auf diese Art und Weise? Weil jetzt haben wir hier wieder positiv und negativ denken. Warum visualisierst du dein Scheitern und visualisierst du nicht den Erfolg? Warum sind diese Bilder, die negativ sind, stärker als die positiven? Und woher kommt das? Wie ist das beeinflusst? Sind das wirklich deine Gedanken oder sind das Sachen, die du von außen bekommen hast, die dir andere Leute erzählt haben, die du vielleicht mitbekommen hast, direkt oder indirekt, durch Filme, durch Serien, durch Geschichten von anderen Leuten, was auch immer. Weißt du es? Ist es dir bewusst oder ist es einfach da irgendwo im Hintergrund und du spürst nur diese Emotion oberflächlich? Und siehst du, jetzt haben wir diese eine Ebene, die nur die Emotion ist, ohne zu wissen, was die Ursache ist. Und da, anstatt, dass wir hier in diese Dualität gehen, in dieses Positiv, Negativ, in dieses, oh, denk einfach positiv und deine Gedanken, deine Emotionen haben wir jetzt angewandt auf ein Level drunter. Nämlich die Situation, die das überhaupt ausgelöst hat. Hier haben wir nämlich auch diese Dualität. Hier haben wir auch diese positiven, negativen Emotionen. Und da können wir nochmal reingehen. Und dann können wir uns die einzelnen Gründe, die Glaubenssätze, die da drunter liegen, können wir uns dann auch nochmal einzeln angucken und da genau diese selbe Übung machen. Und dann merkst du das von einer Ebene zur anderen. Das, was gerade im Unterbewusstsein, was im Dunkeln war, an die Oberfläche kommt, das ist auch ein Teil von Schattenarbeit. Leute, denken immer, Schattenarbeit ist einfach nur die großen, traumatischen Sachen, die in deiner Kindheit sind, aufarbeiten. Nein. Schattenarbeit, in meiner Definition, weil wie gesagt, am Ende des Tages sind das alles Definitionen, ist alles, was im Schatten ist, zu verarbeiten. Und das, was im Schatten ist, ist das, was dir nicht bewusst ist. Es ist da, aber du siehst meistens nur die Sachen, die im Licht sind und die Dinge, die im Schatten sind, siehst du nicht wirklich. Bis du anfängst, das Licht darauf zu legen und plötzlich deckst du sie auf und dann kannst du damit arbeiten. Schatten, Arbeit. Und das betrifft alles, was im Unbewussten ist und dich unbewusst zurückhält. Es hält dich aber nur unbewusst zurück, weil du nicht weißt, was es ist und deswegen weißt du auch nicht, was du tun kannst. Wenn du es bewusst machst, hältst du dich vielleicht immer noch zurück, weil das ist das Ding. Nur weil dir etwas bewusst wird, heißt es nicht, oh, jetzt bin ich befreit und das war's. Nein. Es ist dir jetzt bewusst, aber jetzt kannst du anfangen, damit zu arbeiten. Schatten, Arbeit. Alright? Und deswegen würde ich dich jetzt einfach mal bitten, für dich selber, dir eine Situation zu nehmen, jetzt gerade. beziehungsweise eine Emotion, die öfters hochkommt. Du fühlst dich vielleicht down, manchmal hast du das Gefühl, ach, warum mache ich eigentlich, was ich mache oder du bist ein... So, und versuch mal zu überprüfen, ob du rausfinden kannst, was da drunter liegt. Was könnte es sein? Und es könnten vielleicht mehrere Sachen sein. Es ist okay. Dann schreib dir diese Dinge auf und identifiziere mal das, was die größte Ladung hat. und wenn du nicht weißt, verlass dich auf deine Intuition. Was würdest du sagen, hat die meiste Energie in sich gefangen? Und wenn diese Sache entweder aufgelöst wäre, verändert wäre oder sogar, wenn du nur mit dem Prozess beginnen würdest, würde sich sehr viel Energie freisetzen. Was glaubst du ist das? Und dann gehst du auf diese Situation. Das ist auch das, was ich bei mir im Coaching das One Thing nenne. Wir wollen viele Sachen ändern, am liebsten alle unsere Lebensbereiche gleichzeitig über Nacht zack verändern. Ja, gut. Aber dadurch, dass wir wissen, dass das nicht passieren wird und dass wir Zeit brauchen und Fokus und Aufmerksamkeit, lass uns erstmal auf ein Ding fokussieren. Aber wie? Aber was? Das, was den größten Impact macht. und dann geh da mal rein und betrachte mal, was sind deine Glaubenssätze, was sind deine Gedanken, was sind deine Bewertungen, inwiefern stimmt das, stimmt das nicht, was sind die Gegenintentionen. Da fängt dieser Prozess an und du wirst sehen, dass all das Dinge sind, die du in dir trägst, aka deine Identität, dein Seinszustand, deine Glaubenssätze, deine Überzeugungen über dich selbst und über die Welt und dann kannst du Schritt für Schritt intern bestimmte Dinge aufdecken, ans Licht bringen und das ist sehr wichtig, indem du externe Schritte machst. Weil das, was ich Identitätskreation nenne, ist nicht nur ein theoretischer Prozess, wo wir in unseren Gedanken und Emotionen sind, sondern wir kombinieren das mit Umsetzung und deswegen habe ich schon immer gesagt, mach es einfach und mach es einfach und sei es einfach, sind nicht zwei verschiedene Sachen. Sein beinhaltet machen, du kannst nicht sein, ohne zu tun. Aber du kannst tun, ohne zu sein. Darüber werde ich auch mal eine andere Episode machen, das ist nicht für heute. Ich hoffe, diese Episode konnte dir ein bisschen mehr Licht auf dieses Thema positiv denken bringen. Wie gesagt, vergiss nicht, am 29. Februar um 19 Uhr haben wir unser kostenloses Live-Event von To Do zu To Be, dein Schlüssel zum Erfolg, wo ich wirklich Schritt für Schritt diese Prinzipien erklären werde. warum die Identität an der Quelle ist, von den größten Herausforderungen, die du hast im Umsetzen, deine Ziele zu erreichen, aber warum das auch das größte Potenzial in sich trägt, damit diese Dinge mit Leichtigkeit passieren. Wenn du bist, passiert das Machen fast schon automatisch und das, was du dann hast, das Haben, ist ein Ergebnis von dem Machen und das Machen ist ein Ergebnis von dem Sein, Sein, Tun, Haben. Sei dabei, eine Stunde gehen wir auf die Thematik ein, eine halbe Stunde Q&A, ich freue mich sehr, dich zu sehen, alle Informationen findest du auf dem Link in der Beschreibung und vergiss nicht, wenn du dein Ziel erreichen möchtest, ist es wichtig, dass du etwas tust, dass du in die Umsetzung kommst. Ja, es ist wichtig, dass du eine To-Do-List hast, aber deine To-Do-List ist nichts ohne deine To-Be-List. Sei es einfach. Bis zum nächsten Mal.